Hier ist, wie du deine Arbeiten in den Griff bekommst und dir bessere Noten verdienst. Damals bin ich nach der Schule auch immer ans Handy gegangen. Lass das. Stattdessen direkt 10 Minuten To-Do-Liste schreiben, was für Hausaufgaben du machen musst, was du an dem Tag erledigen musst und dann direkt nach dem Essen die ganzen Hausaufgaben abarbeiten. Mach das Pluswerk für mehr.